Herzlich willkommen zu diesem Webcast zum Thema Pleitewelle. Im Dezember ist die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland um 18% in die Höhe geschnellt. Das dürfte der Anfang der seit langem befürchteten Pleitewelle sein. Ende März vergangenen Jahres hat die Bundesregierung die Pflicht zum Anzeigen von Insolvenzen aufgehoben, wenn ein Unternehmen durch Corona in Schwierigkeiten geraten ist. Aber viele Unternehmen haben diese Ausnahmeregelung genutzt, auch wenn Corona nicht der Grund für ihre Insolvenz war. Deshalb ist die Zahl der Insolvenzen im dritten Quartal 2020 fast um ein Drittel gefallen. Diese unterlassenen Pleiten dürften in diesem Jahr nachgeholt werden. Ein weiterer Grund für deutlich steigende Insolvenzen ist der zweite Lockdown. Der trifft vor allem die vielen kleinen Dienstleister wie Kneipen, Restaurants, Hotels, Bekleidungsgeschäfte. Aber die haben schon in normalen Zeiten ein deutlich höheres Pleiterisiko. Auf Deutschland rollt eine Pleitewelle zu. Allerdings rechne ich nicht mit einem Pleite-Tsunami wie vor 20 Jahren nach den Platzen der Aktienmarktblase. Denn seitdem haben vor allem die Mittelständler ihre Eigenkapitalquoten deutlich erhöht. Sie sind widerstandsfähiger als damals. Was ist es für noseffene Geschäfte? Zu N미